Eine Frage habe ich an euch. Bin ich ein Trottel oder bin ich nicht ein Trottel? Was denkt ihr denn? Ich habe mir überlegt, ich war der größte Trottel der Welt, auf der ganzen Welt. Ich habe Scheiße gebaut, ich war unmöglich, die Leute haben mich nicht gemocht und alle haben mich beleidigt und Grasum beschuldigt. Glaubt ihr, ich bin ein Trottel oder nicht? Ich würde mir wünschen, dass ich ein Trottel bin, aber das ist eure Entscheidung. Ich bin ein Trottel, der Komo ist ein Trottel und bleibt Trottel, für immer. Und merkt euch eins, wenn der Trottel lebt, da lebt der Trottel. Und ich hasse mich, ich hasse mich über alles. Ich bin das, was eine Bakterie bin. Ich bin eine Bazilie, ich bin ein Arschloch. Dankeschön. Euer lieber Komo meldet sich wieder. Merkt euch eins, der Komo ist ein Trottel. Ein Trottel, der größte Trottel der Welt. Mehr als Trottel. Gute Nacht. Ciao, Papa. Guten Morgen. Habt euch lieb. Tschüssi. Euer lieber Komo. Das ist das, was mir echt ist.